Die Benz Feinkostmanufaktur steht für ehrlich erzeugte Convenience-Produkte. Essen ganz wie bei Oma. Traditionelle Rezepturen mit modernen Akzenten zählen zu unserer Kernkompetenz. Mein Name ist Gina Benz. 2016 habe ich mein Studium zum Bachelor im Bereich Food Management absolviert. Bis dahin dachte niemand, dass ich in der Fleischereibranche tätig sein werde. Ich war immer Papas Prinzessin. Jeder kannte mich und wusste, ich liebe Lebensmittel, ich liebe vor allem Rotwein. Trotz allem war auch jedem anderen klar, ich muss in die Fleischereibranche, weil irgendwie war es doch mein Steckenpferd. Somit habe ich im Anschluss an mein Studium meine Lehre zur Fleischerin begonnen. Daraufhin habe ich direkt meinen Meister abgeschlossen. Ich durfte 2018 mein eigenes Unternehmen gründen, die Benz Feinkostmanufaktur. Gemeinsam verfolgen wir hier den Bezug von regionalen Rohstoffen und ein ehrliches Handwerk. Wir produzieren hauptsächlich Fertiggerichte in Konserven. Darüber hinaus stellen wir Feinkostsalate, Maultaschen und verschiedene Teigspezialitäten her. Zur Abfüllung unserer Produkte nutzen wir den Vakuumfüller von Handmann. Hier überzeugt vor allem mich jeden Tag die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Maschine. Ein weiteres Highlight war die Einführung. Hier wurde uns ein Servicetechniker zur Seite gestellt, der uns die Maschine explizit erklärte, sodass wir am nächsten Tag direkt voll mit unserer Produktion starten konnten. Handmann überzeugt uns jeden Tag. Wir als Nationalmannschaft schätzen den Dialog mit der Firma Handmann. Sie unterstützen uns, das Handwerk in die Zukunft zu bringen. Wir als Nationalmannschaft schätzen die